können wir mal kurz noch mal laden das war jetzt nicht so geplant war vor allem nicht geplant dass alle auf hier war ja es losgehen er hat der zahltag der kannst du mit einem von den umhauen anlauf kannst du mal für ein bisschen was böses sorgen so ein junger jungen drache sollte nicht so ein problem sein gut jung drachen klauen lamm fäulung sau rips ja die sache ist die das gebiet hier ist nicht sonderlich groß aber verdammt gefährlich wie man jetzt gerade gemerkt hat ja und hier war ja es muss ich noch auf defensiv stellen so ein paar sau rips sind jetzt nicht so das problem sind nämlich eher noch schwächere sau rips ich kenne noch stärker jetzt Nee, mach das auf den da. Was für Fähigkeiten hat die Varias eigentlich noch? Also er kann sich in ein Steakier verwandeln. Er kann... Tiere verzaubern. Schockschaden. Schwachen Lichtleuchten. Ähm... Sonnenstrahl. Eine schöne Riesex-Parasim-Misterschaft-Krein, die einem im Wirkungsbereich Hilfschaden zufügen. Chaos-Fuß, widerwärtige Dornen. Was ist mit den höheren Zaubern? Schneesturm. Äh, nee. Sonnenflamme. Heißsporn. Er macht ein Feuerschwert. Wildtiere aufhalten. Insektenschwarm. Insektenschwarm. Ah, nee. Zwillingstein. Okay. Zwillingstein. Okay, Hand auflegen auf mich. Lava. Baru, be on seek. Your tail end... Your tail end's here. Death. Niedrige Ausdauer für mich. Oh. Der legt dir mal schlafen, bitte. Oh, niedrige Ausdauer hier. Varias. Okay, hier Varias ist ein bisschen down. Jetzt nicht mehr. Oh ja, Pflänzchen. Beschwörung des Welten-Schlundes. Dornensträucher. Kleine Seelenfeuernis. Ah. Aber schlafen wir das mal. Consider it dead. Genau, greift Ito-Marc an. Absolut. Ich nehme einen Blick. So. Ja, hier würde es zur Perlholzklippe gehen. Das ist dann ein angenehmerer Ort als dieser Ort hier. Okay. So, wieder Xaurips. Jetzt haben wir noch die größere Drachengruppe da oben. Ich weiß gar nicht, hatten wir in der Mitte nur... Xaurips oder war da ein großer Drache? Der Tunnel streckt sich so weit in die Team, wie das Auge sehen kann. Das kristallklare Wasser ist absolut durchsichtig. Ja. Okay, die Xaurips hier haben wir schon. Ja! Gut. Absolut. Ich zeige euch. Das heißt, wir haben jetzt noch die Drachengruppe da oben, die etwas schwierig geworden ist, dadurch, dass uns ein Drache von hinten noch angegriffen hat. Hey. Ich bin hier. Hey. Okay, Aloth. Was kannst du machen? Feuerbälle? Abprallende Geschosse? Das hat nicht funktioniert. Ich muss etwas anderes versuchen. Äh. Noch ein Fluggeschoss. Naja, Sagani. Mach mal das. Kana, geh mal mehr ran. Ach, die sind alle verängstigt. Okay, ich sehe langsam nicht mehr gesund aus. Aber wir haben jetzt, glaube ich, alle Drachen hier draußen erledigt. Ja, wir sind einmal rum. Und das Problem wird die Höhle sein. Ich glaube, in der Höhle ist ein ausgewachsener Drache gewesen. Nicht nur ein Jungdrache. Ach, stimmt, das war die Höhle. Äh. Wenn mein Feuer auf Feuer fangt, roll mich wie ein Lager auf dem Boden. Das funktioniert ca. 80% der Zeit. Rollt mich wie ein Baumstamm über den Boden, sollte mein Feuer Feuer fangen. Das funktioniert ungefähr in 80% der Fälle. Die Hitze aus den Schloten ist kaum auszuhalten. 1. Leider ist zum Großen. 2. 3. 2. 3. 4. 5. 5. Ah! Need some blood makes a... Consider it dead. Shadow. So. Oh, Rastvorräte. Dann würde ich wirklich sagen, rasten wir hier mal an der Stelle. Machen wir mal Schaden gegen Flankiert für die beiden und die anderen Schadensreduktionen. Wobei Zagani gegen Bestie.